Okay, frag mich bitte nicht, wie ich diese seitliche Pose hinbekommen habe. Ich weiß es auch nicht. Und damit, alle Leute, mein Name ist Sozial-Inzog. Herzlich willkommen zur heutigen SUV-Reaktion zu einer Serie namens Don't Hug Me. Hey Mario, das ist irgendeine Serie, die in der USA bekannt ist. Ich persönlich aber rein gar nichts davon weiß und aus irgendeinem Grund, da ich es irgendwie den Skin schräg geschafft habe, kann ich mich nicht richtig bewegen. Mein Kopf ist weggewachsen. Machen wir einfach das Beste aus dieser ungewöhnlichen Situation. Los geht's. Which game? Wolf Italian 2018? Miku! Oh, da ist keine Miku. Oh oh. Wenn Miku in Fortnite kommt. Sorry, den musste ich jetzt bringen. Die hat nicht mal ein bisschen Ähnlichkeit an Maggie. Weißt du nicht, wie Maggie aussieht? Du hast die Wortmeldung erstellt. Und ich sehe sie auch so gerade so aus. Am Ende sind es nur Spiele, die am Ende Müll sind. Am Ende interessiert es niemanden. Mario... Du wirst sterben. Mal wieder. So, jetzt kommt etwas, wovon ich kein Belassen Schimmer habe, da sie hierzulande nie released ist. Ich würde mal sagen, in der Horror-Serie. Let's go back. Let's go back. Let's go back. Huh? Ich weiß nichts über diese Serie. Ich hab mein Bild gesehen, aber das war's auch schon. Hierzulande nie released. Es ist ein Wischmopp mit Augen. Das hätte er nicht sagen sollen. Stattdessen durch das Fenster springen sollen. Stattdessen durch das Fenster springen sollen. Wir kriegen mal einen Song außerhalb eines Special-Events. Vielleicht ist das auch Thema der Song-Show. Sieht ein bisschen wie in den Kinder. Autsch. Was? Warum? Warum haben sie uns verlassen? Nicht mehr Spaghetti gibt Mario den Exel. Wir lernen über Emotionen. Wenn es hat das schnell gekontert. Oh ja, es ist Zeit, um zu gehen. Okidoki. Ja. Soll ich gehen, bevor die Kübi-Pasta startet? Das ist eindeutig so eine Kübi-Pasta-Sesam-Straße. Sprengt doch Eifer aus dem Fenster. So wie ihr es schon unendlich mal gemacht habt. Mario, we need to get the hell out of you. Try the window. I'm looking down. Na, endlich. Ach so, es ist post-sicheres Glas. Ja, dann geht's natürlich nicht. Jetzt spielen wir Hello Neighbor. Äh, ich glaube nicht bei Psycho. Das ist eindeutig so eine Sesam-Straße, Kübi-Pasta. Was ist das? War das Miss Glocke männlich aus der Loki-Serie? Das ist ne Falle. Du bist hier in dem Kübi-Pasta-Ding. Geh-Meh-Meh-Meh-Meh-Meh-Meh-Meh-Meh-Meh. Why not? Was ist das für ne creepy show? Oh man. Tree Darkness ist jetzt getriggert. Oh, da bin ich jeden Tag. Aber nicht so einer. Hey, if you let us go, we'll, uh, Mario will be your death. Luki, amma you bop. Das ist wirklich, Chef. Let's learn about the emotion, lust. I feel loved, when I'm with my friends. I feel loved, when I'm with my family. When do you feel loved, Red Guy? Being alone, Dad. Dieser rote Wischmopp ist irgendwie extrem creepy. Plus die anderen. Was zum Teufel ist das? Für ne creepypasta Sesamstraußenshow. Was da? 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 Haha. What the beep is going on? Die Kleinen sehe ich grad wie SDV-Charaktere. Oh man, die bekannte Melodie. Creppy. Creppy. Ja. 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 Ich liebe euch, Leute. Ich liebe euch, Bad Guy. Du bist meine Hoffnung. Jetzt wäre der gute Moment, um abzuhauen. Hey! Das war klar. Jetzt in Episode 2, oder wie? Äh. Das war ein McDonalds? Na gut, so kam mir mein Gewürztag bei McDonalds davor. Besonders wenn die Kühlkammer kam. Fand ich immer noch nicht lustig, den Scherz mit der Zuntür. Holy Crap. Äh. 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 Nicht nur, dass ich die ganze Zeit steifen Körper habe und mich kaum bewegen kann. Jetzt bin ich auch noch unter Schockstar. Äh. 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 Ja. Beenden wir das lieber bevor es eskaliert. Damit danke ich für's Zusehen. Bleibt uns ja alles nah da. Ich muss jetzt meine Erinnerungslöscher wieder mal nutzen. Bye. E. Äh.